Herzlich Willkommen auf unserem YouTube-Kanal der Bremont-Stratenser von Magdeburg. Unser Orden wurde 1120-121 in Bremont-Re in Südfrankreich gegründet. Unser Ordensgründer, der heilige Norbert, wurde 1126 hier in Magdeburg Erzbischof. Hier haben wir eine wunderschöne Figur von ihm zu sehen in der St. Petrikirche von Magdeburg. Also seien Sie gespannt und lassen Sie sich überraschen von unserem Kanal. Wir wünschen Ihnen viel Freude und viel Spaß mit uns.